Ein herzliches Hallo und Willkommen zur Folge 6 von Let's Play Train Fever hier an diesen wunderschönen wunderschönen Donnerstag ja meine lieben Freunde heute ist Donnerstag wir sind hier in Alfhausen wir haben 84.000 und gucken erst mal hier grob wie es denn ausschaut wir haben hier 52 Passagiere haben wir dann hier hinten äh ne den hier 28 wo ist unser Zug der ist hier zack der fährt voll haben wir nicht noch einen zweiten ah der ist hier gerade fährt er gerade rein ich glaube der fährt gerade rein ich habe mich mit dem Logo was dann äh nicht hier ist sondern da kommen wir auch gleich noch dazu ach hier hier habe ich mich schon bemüht und hier wollte ich was einfügen ich habe dieses untere ein wenig verändert das heißt so wenig ich habe da komplett eigene Schrift reingesetzt oder so ein bisschen äh gestalterisch noch verändert hab das dann eingefügt das ist äh so eine komische Datei gewesen eine Punkt TGA bis ich das gefunden habe in der Transport Fever Konfig äh verging auch erst mal ein paar Stündchen ich bin da schon fast verzweifelt wo ich das dann gefunden habe war schon übelst heavy ich habe das natürlich schon vorher als Bild bearbeitet wusste es nur nicht wie ich das codieren sollte beziehungsweise dann am Ende rendern und habe es dann zum Schluss in eine Punkt TGA gerendert und auch als TGA angegeben so dann ist ein was passiert ich habe es auch eingefügt und habe es dann fortlaufend eben anders genannt das hieß glaube ich irgendwie Logo-0 Logo- äh warte mal das ist hier Logo-0 Logo-1 Logo-2 und ich habe das dann einfach Logo-3 genannt ja das ist auch mal anders also Logo-3 Punkt TGA so wie die anderen auch hießen aber dann wo ich den Spielstand laden wollte ich habe es mit einer anderen Map versucht also mit einer neuen und dann mal mit einer gebrauchten ja nicht mit uns zwei ja dann hat es nicht funktioniert also dann hat das Spiel immer gesagt konnte nicht geladen werden und da musste ich das dann ändern also das hat wirklich schon im Hauptmenü wo ich das laden wollte dann angezeigt wo auch der Fehler liegt also da hat es wirklich gesagt äh der Fehler liegt bei der äh Datei Logo-3 Punkt TGA da liegt da lag der Fehler und da wusste ich auch so gut wo ich suchen musste hab das entfernt und es funktioniert wieder ja wir sind hier im wunderschönen im wunderschönen Landen und ja bevor ich hier jetzt weiterrede ich muss jetzt mal sagen dass die Musik übelst geil ist und ich habe rausgefunden wie man zoomt mit X rein und mit Y raus weil mit der Maus geht das so ich zoome gerade raus und das geht überhaupt nicht ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen dass ich das dann mit der Maus kann ich zwar hier meinen Pfeil bewegen aber sonst nix also ich kann schon hier noch anklicken und alles mögliche aber so zoomen mit dem Scrollrad das möchte ich vermeiden das möchte ich strengstens vermeiden weil das ja nicht funktioniert wie wir wissen genau wir haben den Bus hier ich kann ja mal laufen lassen zack und ja wir haben Postkutschen passt das hin zack möchte das mal gerne so haben genau das passt die machen plus das ist gut machen mal weiter plus die letzte Folge hat schon fast 20 Aufrufe an einem Tag finde ich übelst cool ich nehme das gerade hier ein paar Tage also jetzt ein paar Tage nach Release auf und ich finde das übelst schön dass ihr auch hier die Community von Transport Fever das so sehr mögt 1001 ah ja so haben wir das gemacht genau Postkutschen ich möchte mich dann gern aufmachen in das nächste Örtchen was wir verbinden so wahrscheinlich hier dieses dann was denn hier hinten von Alfhausen zack hier hat es dann die Verbindung und kriegt dann hier ist eine Anhöhe hier ist eine Anhöhe hier geht es auch nach oben also wir gehen wir dann hier nach oben und hier hinten geht es wieder runter da müssen wir dann wieder schauen wo sind denn hier die Einwohner könnten wir nach oben oder machen wir hier einen Bus hin ja das könnte man so machen so einen Bahnhof tun wir mit M drehen zack wenn wir jetzt mal rausgehen das sehen wir auch hier was das alles schon so verbindet alleine ohne dass wir das machen einfach mal hinsetzen und tun wir erst mal eine Busverbindung machen ja das schaut gut aus so okay machen wir da einen Kreis können wir einen Kreis machen hier wird eigentlich zwei Linien besser zu passen einmal so eine Linie hier runter und dann von hier unten hier so durch genau und dann hier hoch und dann später vielleicht noch hier durch durch die Hauptstraße Straße erstmal diesen hier zack und ja unten auch einen zack und dann die Haltestellen zack zack hier eine hin hier hier oder wir tun hier in zwei verschiedene Richtungen fahren hier ist dann wieder zusammen und dann machen wir hier einmal 12 zwei neue Linien Linie 1 hinzufügen vom Bahnhof hier lang hier lang hier lang hier lang und wieder zurück und die zweite Linie auch hier lang zack 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 könnte man hier hinten enden lassen das wäre eine gute Idee das könnte man wirklich tun machen wir in der Nebenstraße zack oder können wir hier noch eine Haltestelle hinsetzen für den anderen Verkehr also hier so zack und zack macht sich ja gut Haltestelle hinzufügen das ist dann die 7 die 8 die 7 ne die 9 ist das dann genau dann die 10 11 und die 12 und wie nennt sich der Ort der nennt sich Surburg upsala ja ich möchte die schon bearbeiten die Linie aber das machen wir dann in der nächsten Folge meine lieben Freunde bis dahin tschau auf euremse Trick